Die meisten von euch werden mitbekommen haben, Lufthansa schickt weitere, jetzt noch in Frankfurt geparkte Airbus A380 weg, um sie woanders zu parken. Aber bedeutet das, dass diese Flugzeuge nie wieder zu Lufthansa zurückkommen werden und auch nie wieder dort im Passagierbetrieb unterwegs sein werden? Und was sind das überhaupt für Flughäfen, zu denen diese A380 jetzt gebracht werden? Wir sprechen ein bisschen darüber. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Meldungen von und über Lufthansa gibt es gerade echt zuhauf und es wird über einiges gesprochen, es wird über einiges diskutiert und das Internet unterhält sich gerade echt überraschend viel über die wahrscheinlich ab Sommer ab einer Stunde Flugzeit verfügbaren Snacks und über Kaffee ab 3 Euro. Und es wird verdammt viel darüber diskutiert, ob jetzt Punta Arenas in Hile oder Ushuaia in Argentinien der bessere Ausweichflughafen für den Lufthansa-Flug auf die Falkland-Inseln in ein paar Tagen ist. Ich dachte, letzteres wäre ein großes Partyhotel auf Ibiza. Aber gut. Was man bei diesen hochspannenden Themen schnell aus den Augen verliert, ist, dass die Größte Deutsche Fluggesellschaft ja auch ganz nebenbei fleißig damit beschäftigt ist, exakt das umzusetzen, was sie vor einigen Monaten im letzten Jahr, im Jahr 2020, bereits angekündigt hatte, nämlich eine nicht mehr ganz so große Größte Deutsche Fluggesellschaft zu sein. Von den um den dicken Daumen etwas mehr als 760 Flugzeugen in der gesamten Airline-Gruppe Anfang 2020. Airline-Gruppe heißt Lufthansa, Lufthansa Cargo, Air Dolomiti, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings und so weiter, elf Fluggesellschaften insgesamt. Von diesen über 760 Flugzeugen sind jetzt tatsächlich nur noch etwas mehr als 700 Flugzeuge übrig. Diese Entwicklung setzt sich dabei natürlich nicht einfach nur aus spontan in Anführungszeichen mal eben ausgeflotteten Flugzeugen zusammen, die man jetzt gerade aufgrund der aktuellen Krise einfach nicht mehr benötigt, sondern das ist das Ergebnis von deutlich beschleunigten, aber eh schon geplanten Abgängen aus der Flotte der Lufthansa Group und gleichzeitig einer deutlich verlangsamten Übernahme neuer Flugzeuge von den jeweiligen Herstellern. Die gesamte Flotte, verteilt über alle Fluggesellschaften der Lufthansa Group, ist damit im Vergleich zu dem Stand, den man vor etwa zwölf Monaten hatte, also schon deutlich kleiner. Und neben den viel diskutierten Flugzeugtypen wie zum Beispiel Boeing 747-400 oder auch Airbus A380, von denen einige ja jetzt die Flotte schon endgültig verlassen haben, wurden auch über die gesamten Konzern-Airlines verteilt Flugzeuge aus der A320-Familie, Flugzeuge vom Typ A330, zum Beispiel die ehemals von Eurowings genutzten Maschinen oder auch alle A340-600 definitiv rausgeschmissen. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, im Hintergrund werden derweil viele Persönlichkeiten innerhalb der Lufthansa Group mit neuen Aufgaben betraut. So gibt es beispielsweise seit etwa einem Monat seit dem 1. Januar einen neuen Finanzvorstand, der sicherlich bestens auf die bevorstehenden Herausforderungen der weiteren Krisenbewältigung vorbereitet und darauf eingeschworen ist und so weiter. Dazu liefen und laufen immer noch Verhandlungen mit allen möglichen Gewerkschaften, mit deren Hilfe dann ein möglichst guter Kompromiss zwischen Erhaltung der Arbeitsplätze auf der einen Seite und möglichst passendem Beitrag zur Krisenbewältigung auf der anderen Seite hingearbeitet wurde oder immer noch wird. So wurde beispielsweise bis Ende des letzten Jahres über die Zukunft der Cockpit-Belegschaft bei der Lufthansa Passage, bei Lufthansa Cargo, bei der LRT, also beim Lufthansa Aviation Training und teilweise auch bei Germanwings gesprochen und verhandelt. Demnach gibt es jetzt bei dieser Belegschaft, bei dieser Berufsgruppe einen Kündigungsschutz bis mindestens März 2022. Im Gegenzug werden Tariferhöhungen ausgesetzt, Gehälter werden teilweise an geringere Arbeitszeiten angepasst und es wurden die Grundlagen für die Kurzarbeit bis Ende 2021 geschaffen. Für mehr als 20.000 Bodenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Lufthansa gilt ein ähnlicher Kündigungsschutz. Dafür wird auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichtet und unter anderem eben auch auf einen Teil des aufgestockten Kurzarbeitergeldes. Für die ebenfalls über 20.000 Kabinenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Lufthansa wurde hingegen bereits vor Monaten, ich glaube im Juni oder so war das, ein Krisenpaket mit entsprechendem Kündigungsschutz vereinbart. Allerdings gerade bei den Berufsgruppen, bei denen aktuell anscheinend ein Überhang von mehreren tausend Mitarbeitern herrscht, muss immer und immer wieder neu beurteilt und dann wahrscheinlich eben auch immer und immer wieder neu verhandelt werden. Dazu laufen mittlerweile parallel, so wie bei ganz vielen anderen Firmen auch, freiwilligen Programme, um möglichst vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die ein gewisses Alter überschritten haben, die schon sehr lange dabei sind, wie auch immer, einen eventuell guten Grund zu liefern, das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt und damit eben frühzeitig zu verlassen. Und dann wiederum auf der anderen Seite, um damit betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern. Was man dabei nicht vergessen darf, tausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben das Unternehmen Lufthansa zum jetzigen Zeitpunkt schon verlassen. Unter anderem eben mithilfe solcher freiwilligen Programme und damit verbunden durch persönliche Entscheidungen. Was man aber eben auch nicht vergessen darf, tausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben das Unternehmen im Ausland verlassen, beziehungsweise mussten das Unternehmen im Ausland verlassen. Ein gutes Beispiel dafür, in so ziemlich genau einem Monat wird Lufthansa die Station in Bangkok schließen. Hier war oder ist immer noch ein vergleichsweise geringer Teil des fliegenden Personals der Lufthansa stationiert und wurde logischerweise in der Vergangenheit auf den Flügen nach Frankfurt, beziehungsweise vor etwas längerer Zeit auch noch auf den Lufthansa-Bangkok-Flügen nach München eingesetzt. Und nach übereinstimmenden Medienberichten werden die Leute an dieser Station, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an dieser Station zum Ende des nächsten Monats gekündigt und müssen das Unternehmen somit verlassen. All das steckt neben Sparmaßnahmen und Optimierungen natürlich auch irgendwo als Entwicklung hinter der schrumpfenden Flugzeugflotte aller Konzern-Airlines. Ich verstehe mich dabei nicht falsch. Im Detail ist das, was da bei der Lufthansa gerade passiert, natürlich alles deutlich komplizierter als weniger Flugzeuge gleich weniger Mitarbeiter. Aber aufs Einfachste runtergebrochen ist es eigentlich genau das. Und damit noch einmal zurück zu den Airbus A380 der Lufthansa. Bei der Bekanntgabe des dritten Restrukturierungspaketes, das war schon im September der Fall, wurden sechs Airbus A380, sechs von 14 Maschinen, als endgültig ausgeflottet beschrieben. Dass sechs Airbus A380 die Flotte der Lufthansa verlassen werden, war allerdings schon einige Monate zuvor klar. Die übrig gebliebenen Flugzeuge, also acht Airbus A380, acht von diesen insgesamt 14 Maschinen, sollten laut damaliger Aussage in sogenannte Long-Term-Storage gehen. In Frankfurt geparkt waren bis zuletzt sieben Airbus A380. Seit April 2020 befinden sich im spanischen Teruel die Lufthansa A380 mit den Kennungen Mike Golf, Mike Foxtrot und Mike Juliet. Im Mai 2020 kamen die Maschinen mit den Kennungen Mike Alpha, Mike Bravo, Mike Kilo und Mike November dazu. Der älteste Airbus aus dieser Runde, Mike Alpha, wurde vor etwas mehr als elf Jahren produziert. Der jüngste A380 aus der Runde, Mike November, ist hingegen tatsächlich erst etwas mehr als sechs Jahre alt. Damit blieben laut dieser Aufteilung sieben Maschinen in mehr oder weniger greifbarer Nähe in Frankfurt. Alle anderen 7A380 wurden in diesen sogenannten Storage-Zustand interuell überführt. Dieses Long-Term-Storage lohnt sich eben genau dann, wenn das Flugzeug planbar über mehrere Monate, wenn nicht sogar über mehrere Jahre, ungenutzt irgendwo herumstehen soll. Dafür gibt es allerdings trotzdem vom Hersteller ganz genau einzuhaltende Service- und Wartungsintervalle. Diese sind allerdings deutlich weiter gefasst als beim, in Anführungszeichen, ganz normalen, nicht so aufwendigen Parken an irgendeinem Flughafen. Dazu gibt es auch noch weitere Unterschiede, falls bei dem Flugzeug zum Beispiel die Triebwerke ausgebaut werden sollen bzw. ausgebaut werden müssen. Oder auch das Hilfstriebwerk, die APU, hinten im Heck des Flugzeuges ausgebaut wird. Denn nicht selten ist es ja so, dass diese wertvollen Motoren gar nicht der Fluggesellschaft gehören. Und manchmal ist es sogar so, dass diese Motoren gar nicht dem Leasing-Unternehmen gehören, dem das Flugzeug gehört. Und dann wird es irgendwann kompliziert und dann müssen die Dinge halt irgendwann mal ab. Die aufwendige Vorbereitung für die Lagerung des Flugzeuges und das penible Abarbeiten der ganzen Service- und Wartungsintervalle sorgt dafür, dass das Flugzeug innen und außen sauber bleibt, dass das Flugzeug rostfrei bleibt. Und nicht zu unterschätzen, es sorgt auch dafür, dass das Flugzeug trocken bleibt. Denn werden Systeme der Maschine über Wochen oder Monate hinweg nicht bedient, wird die Kabine über Wochen nicht belüftet, dann kommt es nicht nur zu Standschäden, zum Beispiel durch Korrosion, sondern das Flugzeug fängt tatsächlich im Innenraum auch an zu schimmeln. Und das macht, ganz doof gesagt, das Flugzeug über lange Sicht kaputt. Und was man dabei nicht verwechseln darf, Long-Term-Storage ist aufwendig. Long-Term-Storage hält die Flugzeuge in einem guten Zustand mit Blick darauf, dass diese Flugzeuge möglichst zügig irgendwann wieder reaktiviert werden können. Long-Term-Storage ist nicht das, was man an allen möglichen Flugzeugfriedhöfen sieht, wenn irgendwelche Flugzeuge auseinanderfallen. Zurück zu den bis zuletzt sieben in Frankfurt geparkten Airbus A380 der Lufthansa. Mike Eco, Mike India und Mike Lima kamen im März nach Frankfurt und stehen seitdem dort auf ihrem Parkplatz. Mike Charlie und Mike Mike kamen im April 2020 dazu und Mike Delta und Mike Hotel hatte man dann im Mai 2020 aus München nach Frankfurt geholt. Seitdem stehen auch diese beiden Flugzeuge in Frankfurt. Zwar hat man hierzulande in Frankfurt den ganz großen Vorteil, dass man die Maschinen am Lufthansa zu Hause und damit eben auch am Lufthansa Technik zu Hause abgestellt hat und damit mehr oder weniger direkten Zugriff auf die Maschinen hat. Auf der anderen Seite kostet das Parken oder das Lagern solcher großen Flugzeuge und so vieler großer Flugzeuge in Frankfurt am größten deutschen Flughafen logischerweise auch deutlich mehr Geld als an einem extra für diese Zwecke aus dem Boden gestampften Flughafen. Denn genau das ist der Flughafen im spanischen Teruel. An diesem Flughafen findet man das Unternehmen Tarmaga Aerosafe. Über die Firma haben wir schon ganz oft gesprochen. Airbus ist Anteilseigner in diesem Unternehmen und die Firma kümmert sich um die abgestellten Flugzeuge, hält Service- und Wartungsintervalle ein und hält die Flugzeuge damit ganz einfach in einem guten Zustand. Und die Firma nimmt Flugzeuge wie den Airbus A380 auseinander, wenn es sein muss. Gesehen haben wir das am zweiten Standort des Unternehmens, an einem kleinen Flugplatz in Frankreich. Dort wurden die ersten von Singapur Airlines zurückgegebenen Airbus A380 mittlerweile auseinandergebaut. Zu diesem Flughafen nach Frankreich flog mit Mike Charlie nun auch vor einigen Tagen der erste Lufthansa Airbus A380. Mike India, ein weiterer Lufthansa A380, wird im nächsten Monat folgen. Und ebenfalls nach Frankreich fliegen. Drei weitere Airbus A380 werden in den darauffolgenden Monaten bis Mai wiederum nach Teruel, also nach Spanien fliegen. Und dort wiederum in Long-Term Storage gehen. In Frankfurt verbleiben somit zumindest laut aktueller Planung nur noch zwei Airbus A380. Die gesamte Aktion schmälert auf lange Sicht sicherlich die Kosten, reduziert aber auch die Chancen auf eine baldige Rückkehr des A380 bei Lufthansa. Aber dahingehend hatten wahrscheinlich die wenigsten überhaupt noch Hoffnung. Na gut, in diesem Sinne soll es das Vorte gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Vielen Dank für euren großartigen Support. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und tschüss. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.